Und nun, verehrte Zuschauer, zeigen wir Ihnen den deutschen Musikfilm Wir machen Musik, eine Schwarz-Weiß-Produktion aus dem Jahre 1942. Vor 40 Jahren erreichte dieser Film eine ganz ungewöhnliche Breitenwirkung. Es lag an der damals modernen Musik, am Witz der Regie und des Drehbuches, sowie am Charme der mitwirkenden Schauspieler bei dieser Liebesgeschichte um einen Komponisten und eine Sängerin. Untertitelung des ZDF, 2020